Und die Top 3 sind Dänemark 165, Ukraine 152 und wer ist das? Natürlich Lina, die Stimmen aus Hamburg und es regnet immer noch auf der Reeperbahn. Und unsere 8 Punkte gehen nach Iceland. Das ist schön, 8 Punkte aus Deutschland an Island. Und unsere 10 Punkte gehen nach Norway. 10 an Norwegen. 10 Punkte gehen nach Denmark, ich bin so sorry, oh mein Gott. Oh, der hatte sich vertan. Oh mein Gott, ich bin so sorry. Everybody got really nervous. I'm so nervous. Le Danmark, Die Poin. Are you sure? And finally at 12 points, go to lovely Hungary. La Hongrie, Die Poin. Also 12 Punkte für Ungarn. Yes, Denmark got 10 points and nothing else. Thank you, Lina. Das war das Rote.